hallo mein lieber stier und auch hallo an alle anderen die eingeschaltet haben ich hoffe euch geht es allen gut heute schauen wir uns die karten an für die liebe lieber stier wir schauen uns an dein hauptthema was war was kommt also mit was du rechnen musst der rat der karten auf was du acht geben solltest und wie immer dein persönlicher blinder fleck das heißt was ist dir in der liebe nicht bewusst lieber stier lieber stier das nur eine allgemeine legung das heißt es kann nicht für alle passen doch völlig in ordnung nimm wirklich nur das was passt das biegen nichts zurecht es kann sein dass einige botschaften für dich sind und einige nicht ja dann fangen wir doch an liebe was ist dein hauptthema in der liebe lieber stier stier liebe hauptthema selbstzweifel nämlich war hast du angst dass du nicht genug bist oder dass dein gegenüber es nicht so ernst meint zweiter schwerter ich hoffe ihr seht es zweiter schwerter entscheidungen zweifel vor allem auch selbstzweifel vielleicht auch angst dass etwas schief geht vielleicht hast du es gerade jemanden kennengelernt oder du bist schon in einer beziehung aber hier kommt also nehme ich ganz stark auch ein bisschen angst war unsicherheiten vielleicht auch ein bisschen verlust angst das kann auch dein gegenüber sein also nicht so wie es passt lieber stier aber schauen wir mal was wir hier haben ja vier der kelche ja ich nehme war dass ich jemand ist sich nicht ganz hundertprozentig sicher entweder bist du das oder dein gegenüber ich nehme auch wahr dass vielleicht einige überlegen ob es vielleicht doch noch etwas besseres gibt blöd gesagt oder man kann es vielleicht nicht so richtig glauben dass dein gegenüber sich für dich interessiert oder du kannst es selber nicht so richtig fassen also wirklich das was passt was ich auch reinbekomme ist dass ihr vielleicht einen kleinen streit hatte oder oder irgendwo oder es muss nicht ein streit sein aber so meinungsverschiedenheiten oder andere einsichten also andere einstellungen das können vielleicht familiäre einstellungen sein könnte auch jetzt mit religion sein muss jetzt nicht aber ich sehe dass irgendetwas seid ihr nicht auf der gleichen wellenlänge und das verunsichert ich habe zwar aber das gefühl ist wahrscheinlich nur etwas kleines aber jemand verunsichert das oder das triggert ein bisschen die angst das nimmst du wie es passt aber schauen wir mal weiter warum zweiter schwerter warum zweiter schwerter stier bitte ja vielleicht sagt das thema geben und nehmen vielleicht hast du das gefühl ist ein bisschen einseitig oder dein gegenüber hat das gefühl es ist einseitig also wenn du jetzt das gefühl hast du bekommst genug dann überleg auch ganz genau gibt es auch gleich viel zurück ich meine das müssen jetzt nicht einladungen sein das können vielleicht auch umarmungen sein oder liebe worte irgendetwas fühlt sich ein bisschen noch einseitig an und es ist noch nicht ganz die balance ist noch nicht ganz da hundertprozentig so ein bisschen geben und nehmen thema jemand fühlt sich hier hat das gefühl gibt viel mehr als der andere entweder bist du das lieber stier oder dein gegenüber hat das gefühl aber schauen wir mal und das triggert auch wieder diese zweifel was war denn in der vergangenheit lieber stier was war in der vergangenheit stier bitte schon wieder eine zwei eine entscheidung zwischen stühlen und bänken man musste sich entscheiden vielleicht hast du dich entschieden und du bereust es oder du bist unsicher ob es wirklich das richtige war diese entscheidung kann auch sein dass du es mit zwei personen zu tun hat das oder dein gegenüber ja ich habe auch stark das gefühl diese entscheidung kam plötzlich du musstest dich entscheidung so schnell krebsenergie so wasserzeichen schauen wir mal warum zweiter stäbe in der vergangenheit warum stier ja bube der stäbe kann auch sein dass du unsicher warst ob das wirklich emotional gesehen tiefe genug hat oder ob das mit körperlich ist nämlich war und für einige nehme ich auch war dass vielleicht jemand ein bisschen unerfahren ist in bezug zu beziehungen oder schlechte erfahrungen gemacht hat entweder bist du das oder dein gegenüber also nicht wirklich so wie es passt feuer energie aber so eine junge feuer energie vielleicht auch etwas eine naive unerfahrene energie ja interessant schauen wir mal weiter mit was musst du denn rechnen lieber stier mit was musst du rechnen was könnte auf dich zukommen ja auch der schwerter blockaden was könnte auf dich zukommen liebe irgendetwas blockiert ich habe auch das gefühl du kannst dich noch nicht hundertprozentig fallen lassen der stern wasser man energie und das schicksals so sehr gut was haben wir hier schon wieder vierter kelche oder ist jemand vielleicht eingeschnappt das kann auch sein natürlich jetzt nicht für jede person von euch aber ich sehe das vielleicht bei einigen eine kleine diskussion war oder meinungsverschiedenheit und jemand hat sich ein bisschen zurückgezogen und schmollt jetzt entweder bist du am schmollen oder dein gegenüber natürlich jetzt wirklich nicht alle das wird nur eine botschaft für wenige sein falls du jemand kennengelernt hast und diese person möchte vielleicht einen schritt weiter gehen und du bist dir unsicher also jemand ich sehe einfach im unsicherheiten unglaublich ist es das richtige ist es nicht das richtige ich habe das gefühl du hast extrem angst eine falsche entscheidung zu treffen oder dein gegenüber kann natürlich auch sein aber hier mit achter schwerter blockaden irgendjemand fühlt sich bedrängt oder blockiert oder oder hast du angst dass du die beziehung vergeigst bist du neu in einer beziehung oder hast jemanden kennengelernt oder bist auf der suche und hast angst etwas falsch zu machen irgendwie unsicherheiten selbst zweifel du willst vertrauen haben aber es fällt dir auf eine art schwer oder dein gegenüber fühlt so schauen wir mal warum achter schwerter ja liebeskummer hast du angst dass in die hose geht oder dein gegenüber dass es kracht herzschmerz man kann sich nicht richtig öffnen man hat unglaublich mühe damit das heisst jetzt nicht dass keine gefühle da sind überhaupt nicht das heisst einfach dass ängste da sind man zeigt sich halt verletzlich und das ist ein bisschen das problem kann aber auch sein bekomme ich auch stark rein dass auch ein bisschen etwas getriggert wird aus der vergangenheit irgendetwas kommt hier wieder hoch und sperrt dich eine art wie ein nämlich war aber keine angst lieber stier weil hier kommt der stern der stern ist eine sehr heilende karte eine karte die eine vision hat man hat ein ziel ein licht vor also man sieht ein licht am ende des tunnels so muss ich sagen wassermann energie kann auch sein dass du es mit einem wassermann zu tun hast könnte wirklich jemand auf dich zukommen falls das noch nicht passiert ist und diese begegnung ist für dich bestimmt also ihr kennt euch schicksalsrat ihr kennt euch schon aus einem vorherigen leben und ich habe auch stark das gefühl dass entweder gibst du dieser person extrem kraft oder diese person gibt dir kraft also eine unglaublich heilende energie hier auch und eine schicksalshafte irgendetwas wird sich ändern nämlich ganz stark wahr ich habe das gefühl auch diese änderung ist ein bisschen vielleicht ein auf und ab einmal fühlst du dich glücklich und dann wieder in einem tief aber falls du noch niemanden hast könnte wirklich hier jemand auf dich zukommen jemand der auch menschen so nimmt wie sie sind wo du dich frei fühlen kannst schau mal der stern ja erdenergie die bube der münzen und die welt kann sein dass jemand ist aus dem aus aus dem ausland oder nicht die gleiche nationalität wie du muss aber nicht wirklich muss aber nicht aber es ist sicher jemand der finanziell gut da steht oder daran arbeitet finanziell sehr gut dazustehen und auch sehr loyal ist sehe ich oder diese person empfindet dich so als sehr loyal und als stabil also du hast Stabilität ich meine jetzt nicht nur finanzielle ich meine auch emotionale Stabilität aber mit der welt ein neuer kreislauf ist hier so viele haben jetzt momentan auch in der liebe schliessen so viele ab mit dem alten kapitel und fangen neu an auf den herbst und auch du lieber Stier du hast unglaublich grosse chance etwas abzuschliessen zu vollenden und ein neuer kreislauf zu beginnen schauen wir mal weiter ich bin gespannt was da noch kommt vor allem hier schicksalshafte begegnung etwas das langfristig dir auch gut tut oder du tust dieser person extrem gut ja dann kommen wieder die angst die ängste der gehängte etwas blockiert dich frag mich nur was ja nein der stäbe du bist verunsichert irgendeine person ich habe das gefühl eine person verunsichert dich und fasziniert dich zugleich ja drei der kelche oder hast du es mit zwei personen zu tun irgendetwas verunsichert dich blockt dich ich weiss nicht du musst wirklich aufpassen lieber Stier dass du dich auch nicht verstellst bleib so wie du bist weil ich habe das gefühl diese person will dich so wie du bist also du darfst wirklich dein wahres gesicht zeigen musst du keine angst haben du musst einfach wirklich schauen dass du nur das machst was du wirklich willst weil mit dem gehängten hat man manchmal mühe sich auch selber zu spüren sich auch intuitiv zu spüren was will ich was möchte ich und dann kann es sein dass man schnell falsche entscheidungen trifft in der liebe darum wenn du zeit brauchst für dich nimm dir diese zeit behalte deine energie für dich weil ich habe das gefühl ein bisschen gefahr von emotionaler abhängigkeit liegt hier also sie kommt nicht aber zu einer tendenz du weisst wie ich meine aber mehr aus unsicherheiten nicht weil diese person toxisch ist überhaupt nicht mehr bezüglich unsicherheiten und sonst spreche darüber wenn du dich unsicher fühlst und du angst hast dass diese person vielleicht gehen könnte oder etwas unklar ist sprich darüber unbedingt weil sonst kannst du diese verbindung hier gar nicht geniessen habe ich das gefühl weil mit neunter Stäbe du Schritt für Schritt lässt du diese Person in dein Herz oder umgekehrt diese Person lässt dich Schritt für Schritt in sein Herz dann brauchst du extrem Geduld und vielleicht einfach darüber sprechen Vertrauen Vertrauen fassen ich habe das gefühl man ist wie ein bisschen überfordert hier irgendwie weil mit der Sonne pures Glück das ist eine Verbindung die eigentlich unter einem guten Stern steht pures Glück aber wenn sich natürlich beide verschliessen oder jemand verschliesst sich und man öffnet sich nicht dann kann es nie auf die nächste Ebene kommen das schade ist weil hier ist etwas ich habe das gefühl jemand braucht viel mehr Vertrauen vielleicht braucht man einen Vertrauensbonus schauen wir mal der gehängte warum ja was habe ich gesagt als der Schwert der Kommunikation Wahrheit wenn irgendetwas im Raum steht egal was unbedingt darüber sprechen und jetzt nicht herum nörgeln oder so normal einfach miteinander darüber reden warum ja Kraft du brauchst Vertrauen und ich glaube ihr braucht vielleicht Kompromisse also wenn du jemanden kennengelernt hast braucht es hier wahrscheinlich noch die Balance ja das hatten wir ja schon ist noch nicht da aber ich habe das Gefühl es ist es ist möglich es ist nicht unmöglich man muss aber miteinander sprechen was man will und aufeinander eingehen niemand darf stur sein falls du jetzt sagst ja ich habe ja niemand könnte es sein dass du wirklich jemanden kennenlernst oder es betrifft dich selber vielleicht musst du auch mit deinen Vorstellungen oder mit dir selber einen Kompromiss machen vielleicht bist du zu kritisch auch zu dir wirklich einen Kompromiss Mittelweg finden und Vertrauen fassen warum die Sonne warum das Glück also es steht ihr habt das Glück ist auf eurer Seite ja ja Erdenergie König der Münzen deine Energie finde deine Stabilität und deine Mitte oder eure Mitte in einer in dieser Kennenlernphase oder in dieser Beziehung weil da ist wirklich eine Verbindung aber es ist irgendetwas wurde vielleicht noch nicht richtig ausgesprochen gesagt man umgeht es und das hinterlässt halt Unsicherheiten aber schauen wir mal was ist denn der Rat der Karten was ist der Rat der Karten Fürstier bitte ja Gefühle sprechen der Mond der Mond ist nicht nur eine Illusionskarte oder ein Hinweis auf Geheimnisse sondern auch auf das nicht alles gesagt wurde und dass die Gefühle noch im Verborgenen liegen dass die hervorkommen müssen Rede über Gefühle mach dir keine Illusionen in deinem Kopf sondern handle und spreche darüber ich habe auch das Gefühl es ist wirklich noch nicht alles gesagt worden sei das das kann etwas Kleines sein etwas Banales aber vielleicht trotzdem etwas Wichtiges was ist dir nicht bewusst lieber Stier dein Blinderfleck was ist dir in der Liebe nicht bewusst lieber Stier ja nicht unterwerfig sein ganz ganz wichtig auch Thema Augenhöhe und das könnte etwas für die Ewigkeit sein das siehst du nicht Thema Unterwerfung also wirklich schau dass du Augenhöhe hast mit dieser Person oder auch wenn du dich im Spiegel anschaust dass du auch auf Augenhöhe dich betrachtest du weisst wie ich meine nicht dass du dich als kleiner als du bist fühlst das ist das Erste das ist vielleicht nicht bewusst vielleicht neigst du dazu dass du einige auf ein Podest stellst und das Zweite ist wirklich da ist etwas was langfristig Wurzeln schlagen könnte stärkere Wurzeln als du denkst ganz klar schauen wir mal Romance Karten Stier was haben wir hier Stier bitte Liebe noch eine bitte Express your love wenn du Gefühle hast oder diese Person liebst dann sag es ihr sag es zeige es auch nicht nur Spesschen machen sondern auch gefühlvoll sein und falls noch niemand in deinem Leben ist könnte bald jemand kommen sehr bald Engagement was habe ich gesagt könnte das muss jetzt nicht im wörtlichen Sinne Verlobung heissen sondern nächste Ebene etwas für die Ewigkeit etwas langfristiges etwas richtiges nicht nur husch husch ja mein lieber Stier ich hoffe dir hat das Reading gefallen lass doch ein Like abonniere meinen Kanal und bis zum nächsten Mal Ciao